Weihnachten im Oktober? Geht für mich gar nicht. Jedes Jahr wieder ärgere ich mich über die Lebkuchen in den Geschäften, die Nikoläuse und die Weihnachtsdeko. Viel zu früh. Kann man denn nicht warten, bis es soweit ist? Jedes Jahr wieder von Neuem. Nur in diesem Jahr? Mein Sohn hat ein buntes Holzkästchen aus Peru geschenkt bekommen. Es ist klein. Gerade so groß wie meine Handfläche. Klappt man die Türen auf, sieht man eine Krippe. Da knien zwei Hirten. Im Hintergrund stehen Maria und Josef. In der Krippe liegt Jesus. Mein Sohn hat dieses kleine Kästchen sofort lieb gewonnen. Es muss überall mit hin. Morgens neben die Müsli-Schüssel, Vormittags in den Kindergarten und dann noch auf den Spielplatz. Ja, Jesus ist bei uns gerade immer mit dabei. Mit einem Lachen habe ich das meinem Schwager erzählt. Und da ist es mir plötzlich bewusst geworden. Meine Scheuklappen, die nur die Lebkuchen gesehen haben, sind plötzlich weg gewesen. Jesus ist einfach mit dabei. Weihnachten im Oktober? Geht für mich immer noch nicht. Weiterhin werde ich um die Lebkuchen einen Bogen machen. Aber das Wunder von Weihnachten? Jesus, der in die Welt kommt? Warum nicht schon im Oktober? Jesus ist doch schließlich immer dabei. Haben Sie ihn heute auch schon mitgenommen in Ihren Alltag? Ihre Judith Metzger, Evangelische Redaktion Ach wcepometer tanta Möglicht. Yes. Amen.